Ja, hallo, willkommen zu einem neuen Video. Hallo, bitte Kummer erheben. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu dem neuen Video auf MarvaterTV. Heute habe ich Besuch, die Jana und die Lindit. Hallo! Was machen wir heute? Wir schminken uns. Nee. Ich schminke die Beine. Ich werde dich irre. Ihr wisst, dass die Satos auch abend sind. Ja, ja, ich mache. Okay, gut. Wer ist die Erste? Ich. Du. Mein Beinheit. Es geht los. Das ist Devil-Kreis. Yeah. Ich habe Angst. Du glaubst gar nicht, wie viel Angst ich habe. the dancer steht, zene, das ist für eineíre Schritte. Jchen Menschen, werden sie alles hartst paragraphiert. Ich bin frohanyn. Ja. Ja. Ich bin frohany. So, das ist Potton. Das war das erste Make-up, und jetzt Opfer Nummer 2! Es ist so tief, oder? Machen wir. Perfekt. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Arbeit. Es ist ein sehr radikales, innovatives Konzept. Bis zum nächsten Mal.